Gute Frage. Wie gut sind günstige Threadless Bässe? Was sollte man ausgeben oder kann man vielleicht einfach die Bundstäbe bei einem normalen Bass rausnehmen? Okay. Von hinten beantwortet auf die Schnelle. Man kann immer die Bundstäbe vom normalen Bass rausnehmen. Man hat dann einen Threadless Bass. Das geht bei jedem. Man kann entweder den Bundstab komplett rausnehmen und auffüllen, die Lücken. Man kann sie oder auch den Bundstab so weit runterschleifen, bis er quasi plan ist. Hier wurde das zum Beispiel gemacht bei dem. Also ich bin mir nicht sicher, ob die hier runtergeschliffen oder rausgenommen und ausgefüllt sind. Aber ihr seht, das ist nicht schön gemacht. Also ich finde, das sieht cool aus. Aber es ist halt nicht fabrikwärts angefertigt, sondern das hat jemand von Hand gemacht. Und das kann man auch machen. Das kann halt sein, dass man sich einen Bass dabei versaut. Es gibt Leute, die tun das. Wer sich da handwerklich berufen fühlt, der soll es natürlich gerne machen. Die Gefahr ist einfach, man weiß nicht, wie der Bass danach klingt. Ein Threadless Bass klingt schon anders als bondiert. Und das ist natürlich, man hat zwar eine ungefähre Richtung, der Bass wird nicht sich um 180 Grad drehen, aber man weiß im Endeffekt nicht, klingt er als Threadless gut oder nicht. Und ich habe schon von vielen gehört, die das gemacht haben, die gesagt haben, scheiße, und danach ihr Instrument wieder bondiert haben. Ach, echt? Ja. Also bei so teureren Bässen habe ich da schon ganz viel mitbekommen. Cool, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was draus mitnehmen. Wenn du auch eine Frage hast oder einfach mal Feedback von mir haben möchtest, dann kannst du das kriegen. Mach einfach ein Video, stell das auf Instagram als Video ein oder in deine Storys, tag mich und dann komme ich da gerne drauf zurück. Vielleicht lade ich dich zum Basscafé ein, vielleicht mache ich ein YouTube-Video, vielleicht antworte ich dir direkt. Kommt ganz auf die Sache an. Trau dich, stell was ein, tag mich. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Ich freue mich, wenn ich 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 mich, wenn